Also gut Leute, hat jemand von uns schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zellenpolterinstrumente auch? Nein! Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Wunderbar! Niemand hat Ahnung von Musik. Aber das macht nichts, schließlich hab ich genug Talent für euch alle. 24 Stunden am Tag geöffnet haben, was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krattenburger? 3 Uhr morgens. Oh, gibt er 3 Uhr morgens? 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin.